Wem die bewusstseinsverändernde Erfahrung von Superliminal nicht gereicht hat, kann sich freuen, denn ab dem 18. Juli kann man mit Viewfinder seine Realität und Wahrnehmung wieder in Frage stellen. Das verblüffende First-Person-Abenteuerspiel von Sad Owl Studios ermöglicht es Spielern, ihre eigene Realität zu formen. Mit einer Sofortbildkamera ausgestattet, kann jedes Bild, das man schießt, zum Leben erweckt werden, indem man es einfach in die Welt platziert. Jenseits von Fotografien kann man auch Gemälde, Skizzen, Screenshots und Postkarten nutzen, um die Welt umzugestalten. Mit der spielergesteuerten Erzählung von Viewfinder kann man für sich selbst entscheiden, wie viel man über die Welt erfahren will. Für die, die neugierig sind, verspricht Viewfinder einiges zu entdecken. Von den Geheimnissen der Welt und den Grund ihrer Existenz bis hin zur Antwort auf das Unmögliche.